oi da was geht ab leute team bobbelt hier heute wieder mit dem meta ranking diesmal für den november 2015 ist eine menge passiert neue bandliste neues set dimension of chaos also auf jeden fall viele veränderungen auf der bandliste paar decks wurden ja komplett zerstört zum beispiel shadow und clifford und sowas andere decks stark geschwächt aber mehr werden wir halt jetzt herausfinden da haben wir als erstes auf platz nummer zehn lights one lights one clowns also lights one und performages kurze sache dazu das ist ein spezialfall also eigentlich ist das deck besser als platz 10 aber da halt mit nerver die eine preiskarte ist und das nicht jeder spielen kann beziehungsweise fast keiner ich habe jetzt nur zwei fälle gesehen von leuten die das gespielt haben einer das mit zwei mit nervers gespielt und dann mit einer ansonsten wenn mehr leute zugang zu minerva hätten dann wäre das deck auf jeden fall weiter oben und online wird zeit öfters gespielt die gesehen zum beispiel einer von uns aus dem team hat das gespielt und er hat es jetzt auch paar anderen vorgeschlagen und die testen das gerade also das tag scheint sehr gut zu sein und auch sehr gut zu laufen aber problem ist halt die minerva die eine preiskarte ist ein tpt video dazu haben wir gemacht könnt ihr noch mal unten in der beschreibung abchecken oder irgendwo bei den alten videos dann haben wir auf platz 9 macros war seitdem es dieses meter ranking gibt immer auf platz 1 jetzt dann durch die neue bandliste vom november auf platz 9 gesunken zu stark wurde es geschwächt zu klasse neue decks gibt es jetzt und paar leute haben es noch gespielt nach der bandliste und es ist noch nicht komplett tot aber es kann halt nicht mehr mit den neuen decks mit dem panel zeugs und sowas mithalten und deswegen diesen monat nur noch platz 9 mit dem neuen jahr und dezember und 2016 und mit dem ganzen zeit was da kommen wird wird es wahrscheinlich dann komplett aus der top 10 rausfallen dann haben wir auf platz 8 fluffels kuscheltiere muss ehrlich sagen ich kenne das deck so gut wie gar nicht und weiß jetzt auch nicht wieso die auf einmal so stark geworden sind oder was sich bei denen verändert hat dass sie jetzt es in die top 10 geschafft haben ich habe sie ein paar mal in den tops gesehen und auch im team habe ich halt nachgefragt was die top 10 von euch wäre und sowas und haben die jungs auch fluffel auf die top 10 gestellt wobei auch da die meinung ein bisschen auseinander ging wie stark das ist aber falls ihr mehr über fluffel wisst könnt ihr das gerne unten in die kommentare schreiben ansonsten wenn es dann weiter in den top 10 sein wird werde ich es mir natürlich genau anschauen und dann vielleicht ein review dazu machen dann haben wir auf platz 7 die psyframes entdeckt das vor kurzem erst in high speed writers rausgekommen ist review dazu haben wir gemacht am anfang war es eher unterschätzt bisschen über übersehen aber die konnten sich in die top 10 schleichen ist ein verrücktes deck nicht jeder kennt sich damit aus nicht jeder weiß wie man dagegen spielen muss und das gibt denen auf jeden fall ein vorteil es kann auch so karten wie lose on turn spielen und das gibt denen auf jeden fall ein vorteil aber es ist halt ein reaktives deck und man muss die passenden karten haben ziehen und das derzeitige format das derzeitige meter die topdecks sind richtig schnell richtig kass wenn man nicht aufpasst kassiert man hier und da oder die kass also weiß nicht wirklich ob es so richtig mithalten kann dann haben wir auf platz 6 chunks lieblings decks dieser tellers man hat gedacht dass die mehr geschwächt werden da sie die wm gewonnen haben aber nur reinforcement auf 1 und das muss ja nicht mal unbedingt wegen denen gewesen sein schwächt ja allgemein mehrere decks aber von den dualist alliance decks die rausgekommen sind es ist eines der wenigen das noch in den top 10 vertreten ist schadol und kree komplett draußen und bär sehen wir gleich noch ein bisschen weiter oben aber starter und denneb und dann fünf set ist immer noch krass egal welches format also guter solider mittlager platz für so teller dann haben wir auf platz 5 in fördert bei der letzten liste wäre es sogar platz 1 gewesen und dann auch noch in dem zwischenzeitraum bevor die ganzen neuen decks die kontrolle übernommen haben konnte es auch noch mithalten aber jetzt hat sich auf platz 5 genau in der mitte erstmal platziert also kojiro yuga unser inferno spezialist hat das deck zur zeit aufgegeben er meinte es kann nicht mehr mit den topdecks mithalten und er schaut sich gerade nach einem anderen deck um dann haben wir auf platz 4 burning abyss immer noch relativ solider platz für die viele dachten nach der neuen bandliste mit sie auf 2 und graf auf 1 dass das deck tot ist unspielbar ist aber decks sterben doch nicht so leicht wie man immer glaubt und leute können alternativen finden ersatzkarten und sowas zum beispiel dieses dieser escape falle painful escape und zum beispiel traveler und dann die strategie bisschen ändern und zum beispiel auf f0 gehen ist auch eine klasse karte die viele stört früher hat man ja gesagt dass burning abyss ein schlechtes matchup gegen cosmo hat weil wenn einmal destroyer liegt oder forerunner haben die halt kein out dagegen und können nichts dagegen machen weil die den nicht zählen können aber man hat sich angepasst und jetzt ist es so dass cosmo nur wenige outs hat gegen den f0 von ba und dadurch ist das matchup für ba eigentlich im vorteil jetzt habe ich von vielen gehört also b auf jeden fall überraschender weise immer noch mit dabei wird tatty natürlich freuen auch wenn er jetzt schon zu cosmo gewechselt hat aber im herzen ist er immer noch burning abyss spieler dann natürlich auf platz 3 haben wir cosmo jeder weiß momentan eines der 23 topdecks ist echt krank otika hier otika da foreigner war über 100 euro bis jetzt glaube ich nur noch 90 100 euro wert zucker farmgirl ging auch abnormal ab obwohl es jetzt auch wieder sich normalisiert hat gesunken ist und obwohl das deck so krass gehypt war hat es nicht wirklich die turnierergebnisse gezeigt die man von dem deck erhofft hat vor allem nicht für die preise deswegen haben sich wahrscheinlich auch mehrere von dem deck abgewendet also schon und hat die spüren das momentan aber die sind mit dem deck auch nicht so wirklich richtig zufrieden die fallen noch an dem deck aber man sieht es an den preisen dass die gesunken sind und wird auf jeden fall schwer für cosmo gegen die kommenden decks anzutreten aber die kriegen ja auch nochmals support mal schauen was der kann und dann sehen wir weiter was mit cosmo passiert dann haben wir auf platz 2 und 1 also für mich ist es eigentlich fast dasselbe deshalb pendelhaufen zeugs level 4 dies das aber für euch habe ich noch mal eine kleine unterscheidung gemacht für das meter ranking auf platz 2 habe ich magic spectre pendelung und auf platz 1 habe ich paper performage pendelung beide decks sehr sehr gleich selbe engines mit den clowns mit den gigabytes mit den chameleons mit luster pendelung mit archie dexcentric manche decks mit der gemnit engine plush feier also beide decks benutzen eigentlich immer diese sachen und mirror conductor und sowas unterschied ist halt jetzt nur die magic spektre engine wobei die auch immer kleiner wird in der zwischenzeit spielt man nur noch den raccoon und den fox und halt die falle nur noch aber die auch nur noch ein bis zweimal die konnte falle also die engine wird auch immer kleiner also jetzt waren noch die magic spektre pendel pendelungs mehr vertreten auf den turnieren aber wie ich das mitbekommen habe wie ich das gehört habe waren die leute nicht so wirklich zufrieden mit der magic spektre engine und haben dann umgewechselt auf nur reines paper und jetzt dann nächste woche schon also heute ist montag also ich werde es wahrscheinlich montag hochladen also diese woche schon donnerstag kommt das neue pendel und dann wisst ihr da bescheid werden die pendel sachen nochmal gestärkt und dann wird also die zwei decks falls man die unterscheidet noch klasse aber das war es erstmal für dieses meter ranking diesen monat ich hoffe es hat euch gefallen wie immer könnt ihr unten in die kommentare eure meinung hinterlassen freut mich immer die zu lesen ansonsten war es das beziehungsweise noch nicht ganz wir haben noch ein projekt mit dem kartensalon laufen die er geplant hat die umsetzen möchte und zwar die survivor series tbt survivor series link ist unten in der beschreibung könnt ihr mal vorbeischauen falls ihr mitspielen wollt der gewinner kriegt 50 euro shopguthaben beim kartensalon würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr da mit macht er sucht noch acht spieler ist ein projekt von ihm aus und wir versuchen nur genug spieler für ihn zu sammeln also ich finde es auf jeden fall geil dass er sowas überhaupt macht und plant und sowas und würde mich freuen wenn ihr dort vorbeischaut wenn euch unser video gefallen hat checkt uns noch unsere anderen videos ab ansonsten like und subscribe unten kommentiert alles wenn ihr wollt checkt unsere anderen sponsoren noch ab unsere facebook-seite wird auch immer neu aufgefrischt ansonsten leidet es nicht